Hallihallo Leute und herzlich Willkommen zum Let's Play Herr der Ringe der Krieg im Norden mit mir, dem Pazian LP und dem Sorg. Das kriegt bestimmt gar keiner mit, dass ich das war. Was ist denn Pazian? Ich weiß nicht, Sorg. Was wollen wir denn jetzt eigentlich machen? Ja, wir haben Charakter gewechselt. Genau, ich spiele jetzt den Pazian und du den Sorg. Ja, ich spiele mal abwechslungsreich den Elben. Nee, nicht Elben. Oh Gott, jetzt hast du mich auch schwer beleidigt. Waldläufer. Hilfe, wieso kann ich nicht mehr... Okay, da kommen jetzt sicher Spinnen und ich hasse Spinnen über alles. Ich mag Spinnen auch nicht. Ich hasse Spinnen, ey. Ich lauf einfach mal rein. Das sind lauter aufgespießte Spinnen. Boah, ich krieg jetzt schon. So unter dem Tisch. Und ich krieg schon wieder alle Zustände, wenn ich deine Stimme hier drinnen höre. Sie sehen aus wie Eier. Intenteneier vielleicht. Aber so viel wir haben versucht, uns zu trennen... Ich möchte das nicht. Hm? Ich sag, Sorg, was meinst du, was hier passiert? Ich möchte das nicht. Ich wills auch nicht, Pazzi. Oh Gott. Okay. Erstmal ein Troll. Der sollte kein Problem sein, ne? Ein Paul, sei vorsichtig! Der hätte sich doch auch ruhig weiter die Eier reinziehen können. Ja, wir haben ihn eigentlich nicht gestört. Wir sind nur reingekommen. Ich war da jetzt nicht böse. Ich war da jetzt nicht böse drum. Dass er sich da die Eier reingezogen hat. Ich würde echt gerne nochmal auf den draufklettern irgendwie. So wie du das mal gemacht hast. Ne, du hast das gemacht. Nicht ich. Ja, du bist doch aber ich. Ach ja, stimmt. Ja, ich will... Ich schaff das einfach nicht mehr. Das muss warten. Alter, ist der jetzt bald mal... Ich will nicht. Das ist ja der Wahnsinn, Alter, was der aushält. Ist aber ein Special voll. Jetzt ist er hinten. Da ist ein Schild. Stahl gefasster Helm. Hinbeinschützers. Und neue Handschuhe. Alles scheiße. Alles kacke hier wieder. Alles Mist. In welche Richtung müssen wir denn? Na, geradeaus. Hier vorne. Hier? Schon wieder ein Checkpoint. Hier müssen wir lang. Ach, guck. Da ist nicht viel passiert. Der im Netze gehüllte Wald. Vorsicht, Spinnen! Ach, fuck. Ach, oh, da kommen Spinnen. Ja, nicht zu wenig. Die schießen diese Schweine. Du bist vor allem schon wieder übelst vorgerannt. Sieh mal, was von hinten kommt! Ja, so kennst du mich doch. Kommt immer mittendrin im Geschehen. Mir ist aufgefallen, Pazzi, du hast dir einen ziemlich hochdeutschen Akzent zugelegt. Ja, und ich wollte auch gerade so zu dir sagen. Dein Salzburgerisch ist auch nicht zu verachten. Ja, ja. Was hast du denn das hier gelernt? Ja, ich wollte dir da ein bisschen eine Freude bereiten. Das ist aber nett von dir. Du bist so gut zu mir, sag ich gar nicht verdient. Ich habe noch nie so große Achs gesehen. Du läufst immer übel seinem Zeug vorbei. Sag, was ist da los? Oh Gott, sind das viele Spinnen. Genau, die halten nicht viel aus. Genau, die halten nicht viel aus. Oh, die halten nicht viel aus. Oh, die halten nicht viel aus. Oh, jetzt steckst du zwischen Hammer und Atmos! Oh, ist das ekelhaft, ey. Ich spüre die ganze Zeit Spinnen über meinen Körper krabbeln. Aber da kann ich wenigstens hier beim perversen Spinnenhass ausleben. Enttarnung wird den Feind nicht vor dem Zorn eines Waldläufer schützen. Ja, die vorwachen sind. Auf Wut von Mordor er rum ist das freigeschaltet, was da los ist. Kann nicht mehr lange! Bei Gain trinkt es ja auch immer ziemlich eine Spinnphobie. Okay. Meine Kraft reicht nicht! Ah, ich weiß nicht, ich finde auch Spinnen irgendwie, glaube ich, ich keine Ahnung. Schlangen zum Beispiel, Magen. Das ist, glaube ich, bei Spinnen so die Art, wie sie... Ich kann das noch nicht tun! Das ist das, was so ein bisschen creepy ist. Das muss warten! Wir kämpfen wie eine Einheit! Wir kämpfen wie eine Einheit! Zum normalen, unternormalen Empfinden. Ja, da ist nichts dabei, was man irgendwie als knüppig empfinden könnte. Aber mir zwei Körperteile, acht Beine, acht Augen. Trauslich. Sie krabbeln an der Wand rum. Sie töten ihre Männer teilweise. Ja. Und ich weiß schon wieder nicht, in welche Richtung. Ich weiß auch nicht, warum mir die ganze Zeit immer unten angezeigt wird, dass... ...der Sorg, äh, Herr der Ringe spielt. Hä? Blinkt. Blinkt unten immer wieder auf. Ich glaube, in diese Richtung müssen wir. Nach geradeaus. Ja. Ne, da kommen wir her. Nein, komm mal nicht her. Komm spinnen, da können wir auch nicht hergekommen sein. Ach ja, stimmt. Ich dachte schon wieder so ein Checkpoint. Jetzt glatt ihr einen Dunadan kennen! Gegen dieses Licht kannst du nicht bestimmen! Ja, da kommen so viele, ey. Ja, das ist... Nicht feierlich. Weil die machen die dann schon verlasen Schaden, gell? Ja, ja, weil die so eine große Menge, ey, wenn man da eingekreist ist. Noch nicht bereit. Aber das machen ja die kleinen FPÖ-Order auch so nicht. Und wenn die sind ja auch manchmal so viele. Ja, stimmt. Ach, die alte macht ein Ding, die ist wunderbar. Noch nicht bereit. Überzeihe nicht getreten, hab keinen erwischt. Geile Scheiße. Ganz großer Tennissport. Hat sie, ganz großer Tennissport. Ja, ja, klar. So, hier vorne ist Checkpoint. So, hier vorne ist Checkpoint. Verdecken. Nur gerümpelt, wa? Nö, gibt's nicht. Nischt! Ja, nischt! Dann hier weiter, oder? Oh, der Checkpoint ist weg, aber egal. Geht trotzdem bei euch. Wir müssen nahe bei Radagasts Haus sein. Oh, wir müssen nahe bei Radagasts Haus sein. Ja, noch mehr Wogenschützen hergebracht! Wo denn? Ach, hier. Direkt neben uns. Auch da oben stellen sie sich doch mal aus. Oh, der ist kopflos. Ja, da seh ich ihn auch schon. Ich will mich auch noch erinnern. So ein kleiner, dreckiger Schlingel. Warum die Alte wollen nie ihre Kugel machen. Ach, danke. Ja, zu spät eigentlich. Jetzt, wo wir es schon nicht mehr brauchen. Ganz großartig. Da oben steht ja auch noch einer. Nein, jetzt nicht mehr. Oh, da vorne kommt was dickes. Ah, den können wir ja schon mal auf die Ferne. Penetrieren mit Pfeilen. So. Ich lasse die mit den zwei Schwerten. Die sind extrem schnell einfach. Ah. Das muss warten. Ich habe einen schönen Ring in die Rübe. Oder einer ist schon tot. Die drei sind schon tot. Die drei sind schon tot. Alle sind sie tot. Doch, du gehst ab wie ein Schnitzelader. Die machst du das nur, Pazzeram? Ich bewundere dich. Wieso ich? Du hast ja da rumgedacht. nicht was uns heiraten das muss sagen wohl ach so nahe ich dachte wir und so und er wurde was besonderes und so das wird nur mein Geld was mich nur benutzt zu schweigen ich muss auch nicht besser als die anderen steh halt auf den Akzent der ist so sexy I'm too sexy for my shirt so sexy for my shirt sexy sexy oh hier muss man ich glaub das ist das Haus vom Nikolaus oder vom Radagast vom Radagast aber ich glaub nicht dass er noch da ist dies muss Radagasts Haus sein sieht ziemlich friedlich aus was könnte der Hexenmeister gemeint haben als er sagte wir seien zu spät vielleicht versuchte er uns nur zu entmutigen und vielleicht auch nicht ja geil hab ich eine Lust es ist Zeit hier ein Ende zu bereiten noch eigentlich müsste man vorher schwert die einfach echt so verbrennen ach zündeln ich hab ein Elektroschwert by the way aber das interessiert die auch nicht war's schon ich hab's nach Beleram sehen sollen wir da weiter wir müssen ins Haus nein hier kommt noch spinn an alle spinnfreunde ihr seid doch verrückt ihr seid ja komplett wahnsinnig kein feindliches Geschoss kann die Suche durchbrechen nein aber es findet halt jeder irgendwelche anderen Sachen knuffig ich mein ich hab's bei YouTube mal im Video gesehen das war echt üblich das war das hieß die Spinne die sich nicht verstecken kann und die war in so ein paar Sengen und da war halt so ein bisschen Sand drin und die hat immer versucht sich einzugraben aber es ging halt nicht ganz noch Sand drin aber das war echt knuffig die war echt süß als Zeichentrick spinn finde ich Zeichentrick spinn auch ein Zwerg greift dich an also ich mein ich bin jetzt nicht so panisch dass wenn ich keine Ahnung irgendwo eine sehe dass ich die dann sofort umbringen muss wenn ich wirklich einen guten Tag hab dann nehm ich die sogar in einem Taschentuch oder in einem Glas und setz sie wieder draußen irgendwo hin ne das pack ich nicht das ist mir zu nah dran mein Tanzbereich dein Tanzbereich eine Armbreite weg meistens stört es mich auch nicht wenn sie im Zimmer ist also wenn sie nicht zu groß ist zumindest sie krabbelte trotzdem nach dem Mund ist das ein Zauberstab da auf dem Mund ja das merke ich ja nicht was er nicht weiß macht ihm nicht scheiß so richtig bleib ich jedoch vitaminreich Proteine ja der trinkt ja auch seine Pisse trotzdem ist der Typ scheiß cool ja ich finde ihn richtig cool ich hab das auch immer gerne geguckt auf D-Max früher ich hab sie mal mit meiner Freundin geschaut ja ah die hat das auch geguckt ja so kann man da jetzt hin den Stab eingesammelt statt dass sie mal anklopfen gehen sie woanders hin suchen ne ich hab auch sau viel Zeug bekommen ach hier geht's weiter warte kurz aber nichts was ich auszahlen würde hast du mir gerade was geschenkt jep danke keine ahnung ob du es brauchst wahrscheinlich nicht ne die habe ich schon ok so jetzt können wir da durch na dann go go jetzt werden wir aber von Checkpoints überrannt hier mehr als Spinnen richtig bäh naja was ist eigentlich mit den Wagen passiert keine ahnung hoffentlich sind sie alle draufgegangen da drüben sie haben einen Gefangenen ein Elb befreien wir den Elb wo sehen die das immer wir müssen ihn vor den Orks finden ich hab keine ahnung da vorne ist Ork links diese Geräusche sind richtig ekelhaft bleiben aber auch schön random da vorne stehen na scheiße warte ich fang sie ab auf ins kümelige Tümmel Bilaram habe ich aus der Seine jetzt Bilaram gerufen ich weiß nicht ne ich glaube nicht aber kümelige Tümmel kümelige Tümmel klingt irgendwie witzig ich kann das noch nicht tun sterb doch da tanzt er dann noch ewig da rum ja ja die alte sieht auch immer anders aus ach wie fast ich weiß meine Bombe rein ich werde dir helfen Kranate Olle olle das muss warten der Typ liegt schon sein Schwert ist auch schon äh sein Schlitt ist auch hin vom anderen noch nicht er ist schon wieder einen alten Level Up ey du wirst krass schnell jetzt auf einmal gell Kassade Kassade warum auch immer der Zwerg ist am gefährlichsten der Zwerg ist am gefährlichsten tötet ihn zuerst auch da noch nicht bereit Quatsch der Zwerg ist voll knuffig knuffiger Zwerg das wärs doch he 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 Zwerg ist eh cool nichts mehr übrig kommst du nicht zur Gamescom der Plan ist es ja ja der Plan ist es aber mal gucken und Level Aufstieg du weißt ja wie das immer so ist mit Plänen ja ja die gehen ja meistens immer ein bisschen schief so jetzt kann ich auch meinen neuen Bogen verwenden glaube ich ja schon wieder ein Checkpoint hier wie lange ist denn der Part jetzt schon das weißt wieder keiner gell ich glaub der ist jetzt nicht so lang oder weißt es nicht komm bis zum nächsten Speicherpunkt ich habe nichts mehr und dann Feuer frei ich bin schon drin da vorne ist der nächste Checkpoint boah da kommen aber viele wieder ich kann das noch nicht tun dieser hier ist zu stark hilf mir ab go go gacha du Beine ich bin noch nicht bereit der ist schon tot der Obermotze ja das ist schon mal ich bin noch nicht bereit da kommen noch mehr Obermotze noch nicht hast du dir so gedacht? wein Aua das hat auch seinen eigenen Kollegen umgeboxt der Trotte du blöd Arsch das muss warten wir kämpfen wie eine Einheit ach ja so niedlich haben ein Schild die sind ja echt knuckig die machen irgendwie gar nichts die sehen nur fette aus aber kriegen irgendwie nix auf die Kette die Attacke ich hab schon wieder keine Pfeile das kotzt mich doch richtig an ich mach's doch mit deinen Pfeilen nicht ich bin schwer verwunden benutzen das ist gut bist ja auch Waldläufer die Tarnung wird den Feind nicht vor dem Zaun eines Waldläufer schützen noch nicht so der Typ der im Wasser steht der nervt mich hat er kein Bein mehr das hat er nun davon brauche mehr Zeit da sind wir ja nicht zimperlich nicht wirklich nein keine Toleranz genau wo ging's denn weiter da beim Wasser oder durchs Wasser da war eben noch ein Checkpoint aber es ist kein Speicherpunkt Pfeile ja schön durch die Brühe warten alter wo müssen wir denn lang ich weiß auch nicht sobald man sich einmal dreht hat man keinen Plan mehr richtig achso hier waren wir ok also in diese Richtung dam 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 also geradeaus nach vorne Geheimnisse hatten wir schon lange nicht mehr stimmt da hat die Elbe hier durch die Gegend gepackt oh hier ist ein Geheimnis wenn man vom Geheimnis spricht dann kommt's Aua der kommt da aus dem Wald gerannt ich kann das noch nicht tun das ist hier dein scheiß Problem oh das habe ich aus Versehen ein Adler gerufen jetzt lernst du die Macht der Elder kennen ich mach mal noch schnell das Geheimnis bevor ich es vergesse ist in Ordnung ich bin dir nicht böse dann ist gut alter die danke das habe ich jetzt auch gebraucht ne noch nicht hier hinten gibt es ja noch was da ist noch eine Truhe drinnen gell ich habe bald keine Trinke mehr kannst du dich aber schon von mir haben mein Juni danke sehr danke ich habe ja noch 14 Stück am Stab ich sammle ja für dich mit ich habe ja noch eine Armbrust ach das ist schon die Zeichen sind ganz deutlich hier waren Waldläufer die haben nützliche Dinge hinterlassen im Lein geheimnis 42 Pfeile schauen wir mal hm ey guck mal ich kann jetzt meine wo bist du die zahlen sich ähm ich bin da in deinem Geheimnis drin guck mal meine Armbrust kann jetzt meine Armbrust kann jetzt mal übelst schnell schießen guck mal weil wir stehen schau wow what the fuck das ist wie ein Maschinengewehr voll krass gut weiter im Text ach ja gleich mal ausprobieren auf die Jungs hier Pam 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 ja übelst geil Pam 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 übelst geilern aber richtig hart was du verschießt jetzt 5 Dinger und dann musst du einmal nachladen ist ja arg aber da ist wahrscheinlich auch einen großen ah hier vorne ist wieder ein Checkpoint versammle deine Gefährten du bist eiskalt gell ein Speichering wär ganz nett ja bis jetzt kommt noch keiner eisenneuartige Spinnen ach jetzt ok ich würd sagen hier machen wir nen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder Tschü Leute haut da rein